Ladies und Channelmen, Willkommen zu einem neuen Video. Heute in der Nacht ist etwas passiert, was ich nicht gedacht hätte. Und zwar, die alten No-Skins sind in den Shop gekommen. Und ich war einfach so und hab mir das ganze Bundle gekauft und dann noch den Gleiter. Wir haben jetzt Craig. To sacrifice my own life for Pakistan. Schaut euch das an. Das ist wie Chapter 1. Nein, verpiss dich. Shish! 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 Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ah! Holy shit. Holy! Ich bin der beste Spieler der Welt. So, ich hab jetzt gerade einen Entschluss gefasst. Ich mach einen E-Sports-Klan auf. Shish! Shish! Wichtig. Raus aus meinem Spiele her. Oh mein Gott! What the fuck? Holy shit! What the fuck do you do, you'll be a dead son of a bitch, I tell you that! Holy shit! Holy shit, ist das knapp. Fuck! Doch, Muni Nein, komm her Holy shit, oh mein Gott Ich bin der beste Spieler der Welt, ihr könnt sagen, was ihr wollt Oh mein Gott, oh mein Gott, ihr könnt sagen, was ihr wollt Ach du Scheiße, ach du Scheiße By the way, das war kein Witz mit dem eSports Clan Ihr bekommt da Bescheid in den nächsten Streams Abonniert mich, mein Ziel ist ein paar Abonnenten Und dann schuld sie mit dem eSports Clan �이 Es ist ein paar Abonniert mich im